Hallo miteinander, heute ganz 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 coole Nachrichten und zwar habe ich einen neuen Sponsor für Brille und mein erster Sponsor für die Helme. Wie ihr sehen könnt Alpina Sports. Ich bin richtig happy. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich möchte natürlich jetzt das Ganze mit euch anschauen und auspacken. Wir haben einmal einen Fullface Helm. Den Karten ein wenig weg. Ich zeige mir den mal. Der ist richtig nice. Sehr sehr geil. Cool. So. Nein, natürlich. Noch ein halbschalen Helm. Sehr geil. Wow. Schau dir das mal an. Sehr geil. Cool. Ja, dann können wir auch probieren. Ja, voll. Ich habe angegessen. Sehr geil. Und dann habe ich ja eigentlich am Anfang schon eine Brille. Die ist auch noch in diesem riesen Paket. Diesmal. Und wenn wir es dann aufbringen. Hahaha. So geil. Das ist aber echt. Seht ihr das? Richtig nice. Fällt mir. Haben Freude. Ja. Das nehme ich doch mal gerne. Was ist da noch drin? Sehr cool. Inklusive. Ein Säckchen für Brille. Verkratzt sie nicht. Ja. Ihr seht. Fullface. Natürlich nachher auch abprobieren. Was für geile Artikel. Vielen Dank an Alpina Sports. Geht unbedingt vorbeischauen. Hat geile Produkte. Und ja. Ihr werdet mich in den nächsten Videos natürlich sehen. Mit dem Helm von Alpina und dem Brille von Alpina Sports. Sehr cool. Danke vielmal. youtube.